Wir sind schon seit über 18 Jahren auf dem Markt, als einer der ältesten Softwarehersteller in der Branche. Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung von Software für Sportstudios und multifunktionellen Anlagen. Das heißt, eine kleine MS-Anlage ist bei uns genauso willkommen wie eine große funktionale Anlage mit Tennis, Fitness, Badminton, Squash. Wir decken wirklich alles ab, was mit der Administration einer Sportanlage zu tun hat. Das fängt an mit der Mitgliederverwaltung, geht weiter über die Vertragsverwaltung. Wir können Briefe schreiben, Serienbriefe. Wir können E-Mails versenden, wir können SMS versenden. Wir haben ein komplettes Check-in-Check-out-System eingebaut. Wir haben eine Kassenfunktionalität eingebaut. Wir haben ein elektronisches Mahnwesen. Wir haben eine offene Postenverwaltung. Und was wir natürlich auch haben, wir haben ein komplettes CRM eingebaut. Wir können auch Dokumente archivieren. Eine komplette Archivierungssoftware ist eingebaut. Und was auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, unsere Software sorgt dafür, dass die Mitglieder der Sportanlage glücklich sind. Also die großen Vorteile von unserer Software sind unter anderem das Bendilo-Konzept. Dieses lehnt sich an bekannten Programmen wie unter anderem Microsoft Office an. Das bedeutet, dass man sich sofort zurechtfindet. Man hat einfach eine Software, die man so vielleicht in der Art schon mal gesehen hat oder intuitiv weiß, wie man diese bedienen kann. Andere Bediener-Konzepte können auch gut sein natürlich. Aber wenn natürlich alle Anbieter ein anderes Bediener-Konzept haben, muss man sich auch immer wieder daran gewöhnen. Das ist was ganz Neues. Man muss das Ganze schulen. Unsere Software hat ja ein eingebautes Check-in-Check-out-System. Und dieses System arbeitet mit einer Vielzahl von Technologien zusammen. Da gibt es Standard-Technologien wie Magnetkarten, wie Transponderkarten, Chips, Armbänder. Als besonderes Highlight haben wir dieses Jahr eine Gesichtserkennung im Angebot. Das bedeutet, der Kunde muss nicht mehr in seinen Geldbeutel langen und extra eine Karte rausholen. Nein, er geht wirklich nur auf die Drehsperre zu. Und wie von Sauberhand erkennt die Kamera mich. Hier, die ist hier eingebaut, füllt mich ab und öffnet dann ein beliebiges Medium, eine Spreysperre, ein Drehkreuz oder eine Tür. Der ganz große Vorteil ist natürlich, ich muss jetzt nichts mehr irgendwo mit mir rumschleppen oder sonst irgendwas. Ich kann direkt die Anlage betreten und ich werde herzlich willkommen geheißen. Nur durch ein nettes freundliches Lächeln. Die Kontaktaufnahme mit uns ist sehr einfach. Sie gehen einfach auf die Internetseite auf www.konsequent-software.de und dann haben Sie die Möglichkeit, unsere Software in Form von Videos, Tutorials kennenzulernen. Das reicht natürlich oftmals nicht aus. Darum bieten wir unseren Kunden an, dass wir auch persönlich bei der Anlage vorbeikommen zu einem kostenlosen Projektgespräch. Das hat mehrere Vorteile. Erstens lernen Sie uns kennen und zweitens lernen wir Sie kennen. Und damit können wir wirklich eine Softwarelösung für Sie schaffen und einstimmen und konfigurieren, die wirklich für Ihren Betrieb optimal geeignet ist.